Hallo und herzlich willkommen bei einem weiteren Lernvideo von Netzwerb. Diesmal zeigen wir euch die Konjugation des deutschen Verbs überziehen. Schaut und hört euch die Formen genau an und sprecht sie nach. Wir beginnen mit den Stammformen. Zieht über. Zog über. Hat übergezogen. Kommen wir nun zu den einzelnen Zeitformen. Den Beginn macht das Präsenz. Ich ziehe über. Du ziehst über. Er zieht über. Wir ziehen über. Ihr zieht über. Sie ziehen über. Weiter geht's mit dem Präteritum. Ich zog über. Du zogst über. Er zog über. Wir zogen über. Ihr zogt über. Sie zogen über. Ihr könnt übrigens auch die Links in der Videobeschreibung nutzen. So könnt ihr schnell zu den gewünschten Formen springen. Wir machen weiter mit dem Perfekt. Ich habe übergezogen. Du hast übergezogen. Du hast übergezogen. Er hat übergezogen. Wir haben übergezogen. Ihr habt übergezogen. Sie haben übergezogen. Kommen wir als nächstes zum Konjunktiv 1. Ich ziehe über. Du ziehst über. Er ziehst über. Er zieht über. Wir ziehen über. Ihr zieht über. Sie ziehen über. Nun folgt der Konjunktiv 2. Ich zöge über. Du zögest über. Er zöge über. Wir zögen über. Ihr zöget über. Sie zögen über. Den Schluss macht der Imperativ. Siehe über du. Ziehen über wir. Zieht über ihr. Ziehen über sie. Das war unser kleines Lernvideo zum Verb überziehen. Hat es euch gefallen? Dann gebt uns einen Daumen nach oben. Vielen Dank fürs Schauen und bis bald. Also hoặc flinchInnen. Das Programmierkampная. Dann gebt Analysen und Kas 10-1-2-3-4-4-4-4-5-4-5-4-6-6-7-6-8-8-7-7-8-8-7-6-8-7-7-9-7-8-7-8-7-8-9-1. Untertitelung des ZDF, 2020